Hallo ihr Lieben, Hallöchen, also heute bin ich wieder da aus meinem kleinen Paradies. Hier könnt ihr den Ort sehen und hier die Vöglein zwitternd. Ja, ich habe jetzt gerade mein Morgenrichtend Ritual gemacht, auch gerade beim Schwimmen und spaziere jetzt gerade hier mit meiner kleinen Poppy und da läuft sie, Poppy Lee. Das ist meine kleine süße Maus und ja, heute habe ich mir gedacht, werde ich mit euch mal zum Thema Paradies leben. Ich lebe ja hier mein Paradies leben, habe ich mir gedacht, teile ich heute mit euch so zum Thema Ängste. Ich lebe, dass ihr euch vielleicht mal Gedanken macht, was sind denn deine großen oder deine größten Ängste. Ich glaube, das wäre ein gutes Thema heute zum einfach mal bewusst werden, denn unsere Ängste blockieren uns von einem schönen paradiesischen Leben. und ja, mach dir mal Gedanken darüber heute. Das wäre, glaube ich, so die Inspiration heute. Denk drüber nach, schreib sie auf und wir hören uns und sehen uns bald. Tschüss!